der janker der janker 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 oder reporter immer gerne mal vor der serviceneinkommen sollen wir mal wechseln hier change it okay 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 vorher noch ein dezentes kann die runde beginnen fordert es war ein awesome bananas hier 111 111 so der ist genauso wie ich 111 triple one ein triple one spiel nicht unten hier auch nicht eher so mitte eher so mitte vorn bis zentral ich hab schon alles abgecheckt sei hat sich und gegen den behälter gefahren sie haben einen erschossen haben sie erschossen die panzer das ist der wahnsinn und so ein spagat spagatz geht warum haben sie den wohl erschossen der wollte und der wollte sie für alle verraten wahrscheinlich der gesagt ich verrate euch alle die leiter lang alt ewig bis man oben Was sind gleich zwei denn? Okay, einer ist links weg. Okay. Handgranate. Okay. Jawoll, awesome Bananas! Und der Admit, der springt gleich rein. Ja, der eine ist links weg. Ja, weil der wusste, dass das der Typ rechts ist. Wo? Wo? Nein! Nein, das war die... Warte. Ist die noch da? Ist die runtergesprungen? Ich weiß nicht, von wo ich erschossen wurde. Von vorne eigentlich, wo du stehst. Die war hinter dir. Hä? Wie sind die voll reingesprungen? Wie geht das? Kann das nicht sein? Der muss ja dann hier irgendwo gewesen sein. Na, der ist die Treppe hochgekommen. Ich bin zur Treppe. Aber ich war doch hier. Ich habe hier runtergeschaut. Die kann mich doch gar nicht erwischen. Wie geht denn das? Doch, die ist an mir vorbei gelaufen. What? Wir haben das Duell hier vorne gehabt. Und dann ist sie gleich weitergelaufen. Ah, du hast Action gemacht. Ich hole den Weg runter. Nein, wir hatten hier das nicht weggemacht. Bist du schon runter? Ja. Warte mal, ich komme zu dir. Ich weiß aber nicht, ob da links jemand ist. Oder über uns. Ich mache vorne mal auf. Ja, ja, ja. Ich schaue links. Schaust du da raus? Ja, ich schaue einfach durch. Okay. Und tot. Sehr schön. Geil, geil. Ist noch einer drinnen da. Ich gehe links rum. Warte, warte, warte. Komm. Jawoll. Geil. Jetzt pass auf wie die Granate fliegt jetzt. Sehr schön. Voll da dagegen gehen. Zack. Doink. Und da ist er. Oh, Granate. Mit Bande. Geil. Sehr schön. Ja, ich habe ihn von links auch noch gesehen. Aber so. Doppelt hält besser. Ja, einmal. Sehr schön. Jetzt hast du zwei mit Granaten weggemacht, oder? Kann das sein? Ja, zwei Stück. Voll geil. Geil. Coole Runde. Finde ich auch. Echt cool. So, dann probieren wir es mal hier. Nehmen wir doch mal den Tachanka. Zum Spaß hier. Just for fun. Wenn er hier schon Extended Version ist hier. Ich hoffe, dass wir einen guten Raum kriegen. Geil. Schuss. Schuss. War der Tachanka. Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Oh, Tchanka. ich wurde entdeckt wurde ich entdeckt oder was ich stehe hier voll im weg ich weiß nicht was ich machen soll da 1 mit der doofen welcher ich habe leider die welke irgendwie ist der raum gescheuert finden 22 wo tritt schon ja so aber stelle jetzt hier hin mit dem tatschanker ich gebe dir wie üblich hoch Der Stacheldraht ist bereit. Na ja, ist doof. Kann ich mir bloß da hinstellen, oder? Boah, das bist du. Ich? Nee. Der Firat. Der alte Zürke. Wo ist der gestorben, wo ist der gestorben, wo ist der gestorben? Hier am Haupteingang vorne. Ja, okay. Ist das bescheuert. Ist das für die Stunde auch noch da? Oder? Ja. Kommt. Bei mir? Das tut Tatschanka. Ja, ja. Ja, bei dir. Hüpft die rum. Oh. Oh, oh, oh. Oh, der ist tot. Doch nicht. Kann ich jetzt, ne? Der Blitz überlebt das C4 direkt vor seinen Schnauzen. Zwei Mann hier. Nein, jetzt muss er wechseln. Er muss wechseln. Er muss wechseln. Ja. Tatschanka Power. Oh, oh. Das blieb ist von hinten. Ja, scheiße. Ja, das ist halt die Kacke. Der EOS Awesome Banana. Ja, wenn es von zwei Seiten kommen, dann ist es natürlich schwierig. Verdammte Scheiße. Faktes. Können wir zu ihm nicht mehr hin. Seid ihr ja. Der ist da gelegen, dann habe ich ihn gesehen. Die Füße noch. Und dann hat er sich leider so komisch weggedreht, weil ich ihn nicht mehr erwischt habe. Sonst war er weg gewesen. Naja, einen habe ich weggemacht mit dem Tatschanka. Schön war es. Schön war es. Das war es aber auch schon wieder mit Tatschanka, oder? Ja. Ja, das doof ist halt, der ist halt stationär. Da wirst du halt echt an eine Stelle gebunden und dann war es das. Und da war es auch doof. Dann konnte ich irgendwie nicht zu zweit auf die Tür nicht schauen. Nicht so wirklich, weil da die Stühle waren. Konnte ich nicht wegschießen. Naja. Hilft auch nicht viel. Sorry Tatschanka, aber das wird nichts. Richtig dicke Freunde werden wir nicht mehr in diesem Leben. Oh, gleicher Raum. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Das hält ich wieder. 4-1-0. Bist wieder fit. Geht's wieder ab hier. 4-1-0. Nach zwei Runden. Bist nüchtern. Ja. Ja. Aber leider eins. Hallo. Hä? Was war das jetzt? Du warst doch vor mir. Ja ja. Rein draußen. Rein draußen. Der ist nicht hochgelaufen. Der Gigolo. 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 Ja, der hat da was gesehen. Ich weiß jetzt wieder oben. Ja, die sind wieder in ... ähm ... Gleiche Action wie vorhin. Den aber nicht. Die haben wieder da ... ähm ... das Loch aufgemacht, komischerweise. Ja? Mhm. Die sind oben, damit sie wahrscheinlich schnell runter springen können. Ja, aber da ist keiner. Oben ist keiner, oder? Nein. Da ist wieder dasselbe Raum, ne? Und diesmal haben sie noch am Rand nicht zugemacht, sondern ... Das ist ganz komisch. Ach so, da ist wirklich keiner. Nein, da ist wirklich keiner. Du kannst sogar jetzt da ... da springen wir jetzt aber nicht. Komm mal mit. Ja gut, sind eben zu dritt. Ja, wir gehen jetzt da runter. Ich muss schon die Kameras wegmachen. Ja, ja, mach mal. Da ist halt so ein Loch. So blöd. Soll man da wieder aufmachen? Ja, aber jetzt ... Soll ich wieder aufmachen? Ne? Komm mal her. Ja, das sind zwei. Zwei markiert. Ja, mach da auf. Ja, mach da auf. Mach da auf. Mach auf. Ist da rausgelaufen? Einer in Gang. Mal was gesehen. Ja, okay. Mach einfach auf. Ja. Ist offen? Ja. Ja. Ich treffe ihn nicht. Danke. Granate. Na, hab dich nicht aufgeschossen. Na ja. Ah shit. Falsch geworfen. Jawohl, zweite. Und zwar erkrabbelt der nächste. Boah. Geil. Boah. Bam, 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 bam. Geil. Sehr schön. Das war jetzt geil wieder. Schön gemacht. Oh Gott. Die waren so eingekesselt, hey. Komplett eingekesselt. Von allen Seiten her. Das haben sie überhaupt nicht geschafft. No chance. No chance. Ja. Ja. No chance. Der eine wird sich auch gedacht haben, Cheater. Weil da war da die Rauch... Die äh... Vom... Smoke. Die Rauchgranate. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Aber irgendeiner hat ihn markiert mit der Drohne. Meine Besprechungszimmer. Personalbereich. Schade. Besprechungszimmer. Hab ich Besprechungszimmer ausgewählt? Ich nix mehr wissen. Ich muss Bandit nehmen, hey. Das ist da verrückt. Wahnsinn. Was? Was ist da passiert? Frost ist weg, Valkyrie ist weg und Smoke ist weg. Verrückt, oder? Deine... Deine drei... Sozusagen... Sind alle weggenommen. Die drei von der Tanke, die sind alle weg. So. Machen wir den Weg ausziehen. Drohne ist schon da. Eins. Oh, ich muss hier verstärken. Hilfe. Oh Gott, wer bin ich? Ich bin Bandit doch. Da kann Strom... Muss auch jetzt hier elektrifizieren, ja? Da kann Strom sein. Mach mal Strom. Mach mal Strom. Oh, jetzt hat der mir den Strom weggeschossen. Was soll ne Wehrblütze? Boah. Da macht schon wieder einer oben die Luke auf. Wieso hat mir... Hey, hier, macht jetzt. Die Twitch-Store nicht gewesen. Ja, jetzt sind sie weg. Ne, ein Hobby noch. Wir kommen geschützt den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis. Ist schon mal elektrifiziert. Elektrifahrt. 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 Der Firat. Mein Gott, hey, so viel Türken. Achmed. Achmed und Firat. Ich stütze den Sensor ein. Achmed. Wahnsinn, hey. Achmed, oh. Gibt ja schon keine normalen Namen mehr. Was sagst du dazu, Alan? Was? Wo geht's denn ab von mir, oder? Gibt ja schon fast keine normalen deutschen Namen mehr. Was sagst du dazu, Alan? Ich komm mal vor. Ich komm mal vor. Ich komm mal vor. Oh, du nennst! Grundsätzlich. Vorsicht, Konzentration. Nein! Gegenseitiger Schad! Verdammt! Ihr seid voll, Elton. Ja, ich seh's. Aber du bist da oben. Ich komm ja so. Die war genau ums Eck. Und sie hat mich angkauert. Fix, Leuer. Die ist runter. Runterkrochen wieder. Tatsächlich, sie kriecht das immer noch. Ist die Arzt-Kirchen oder was? Ja, die, genau wie ich, kriecht sie da rum. Wir müssen gegenseitig voll rein. Okay. Ja, die kriecht aber zurück und wird sicher... Alles Blut hier. Ja, Blut, Blut. Ups. Die Süßen sind versiert. Hm. Oh Gott. Jetzt kommt sie wieder bei mir. Wieso? Wieder Treppe. Ja, ja. Warum ist da so viel Rauch? Ist der stressig. Da ist Glatz nach unten. Das ist ein stressiges Sachter. Problem nur. Bloß nur der eine. Ash. Siehst du runter von der Stelle? Warte mal. Ja, ja. Schau runter, ja. Da ist ja auch schon. Die Treppe des Todes war das gerade hier. Übel Geschichte. Ja. Ja. Feind draußen entdeckt. Scheiße. Scheiße. Oh, oh, oh. Wo, wo, wo? Schaust du wieder rein? Gleich. Warte. Warte. Buhne. Diesmal haben sie alles zulassen da. Oh, die Chigolo. Also, das Ding ist scheinbar sauber. Chigolo ist draufgegangen. Bei der Treppe, wo wir waren. Da wäre ich ja Treppe oben. Also, da ist es, ähm, Dingsbums ist sauber. Cockpit. Cockpit. Aber ich habe es markiert. Wo Cabrera ist. Rein da mit uns. Komm, komm, komm. Schneller. Gas geben. Cabrera ist da unten. Treppe unten. Ja. Warte, ich fahre nochmal. Immer noch da. Ich habe meine Donne weggemacht. Ja, ich habe sie gesehen. Ja, die schaut die Treppe bestimmt hoch. Bin unten. Ja. Ja, behält der weg, gesichert. Die muss kommen. Kommt sie. Jawoll. Sehr schön. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Jawoll. Wunderbar. Sehr cool. Sehr schön, sehr schön. Das war wunderschön. Ja, die ist echt, die rennt da voll. Voll schnell rum. Also gut, dass du die erwischt hast, weil die ist bei mir an der Seite vorbei gelaufen. So schnell habe ich gar nicht schießen können. Perfekt hier. Sehr. First place. Wunderbar. 5.900 Punkte. Drehen. Drehen. Ja. 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 Ja.